Wir sind wieder da! Und es läuft! Außer dieses komische Bildschirmchen. Eben, schwarz im Bildschirm. Ja, ist klar, das ist jetzt gerade ein bisschen leckt. Oder ist es halt meine Tastatur? Man weiß es nicht. Es ist immer so eine Geschichte. Meine Tastatur entscheidet sich immer so ab und zu, ja, ich funktioniere mal. Manchmal nicht. Habe ich mit meiner Maus auch des Öfteren? Sagt sie auch. Ja, ne, manchmal nicht. Also, ich sehe dich auf jeden Fall. Oh, scheiße, Feuer! So, lass mich mal hier an eine Truhe ran. Okay, die ist voll. Vielleicht zutiere ich mal ein bisschen. Hier packen wir jetzt mal nur Holz rein. Oder nur Steine. Hier packen wir nur Holz rein. Hier packen wir... Naja, okay, Fiberglas gehört eigentlich mit zu Holz. dieses andere Zeug hier rein. Warte mal, oder? Fiberglas? Ne, Fiberglas ist was anderes. Und hier packen wir noch dieses Stroh mit dazu. Ah, ich schmeiß hier gleich meine Tastatur aus dem dritten Stock. Richtig schlimm. Äh! Ah! Aber dann holen wir hier einfach. Also, hier sind... Okay, hier packe ich erstmal die ganzen Beeren rein, die wir haben. Ja, und das Fleisch ist ja auch was zum Essen, davon abgesehen. Plupp, plupp, plupp. Äh, okay, hier waren meine Ecks und sowas drinnen gewesen. Ach so, machst du das gut. Ach, hier hast du das schon? Okay, gut. Genau, da ist dieses Fiberglas. Was? Hier hatte ich eigentlich auch was von diesem Zeug rein getan. Ja. Okay, dann packe ich das erstmal wieder raus? Oder ich bin verwirrt jetzt gerade? Ja, ist was für dich? Essen. Und was hat mir hier reingetan? Steine, genau. Okay, gut. Super. Erstmal einmal wieder checken. Ja, was haben wir denn gemacht? Brauche ich was zu essen? Nö, das passt eigentlich. Ich brauche auch nicht mehr so lange und dann bin ich wieder Level up. Okay, jetzt will meine Tastatur wieder. Ja, läuft. Ja, läuft. Bei uns. Es ist ganz viel, Seth. Wir haben eine Funktions dazu und eine Maus-Formulation an einem Rechner. Den darfst du dem Empfänger nicht an den falschen Deport anschließen. Wenn er daneben USB-Stick hängt, dann funktioniert da gar nichts mehr. Ne, vielleicht sollte ich das auch mal tun, dass es vielleicht daran liegt tatsächlich. Mal gucken. Auf jeden Fall kenne ich das durch mein Gamepad. Wenn mein Gamepad jetzt zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, der hat so eine schwache Reichweite irgendwie oder keine Ahnung, das liegt wirklich an den USB-Stecker, also die Buchse. Wenn ich den hinten bei meinem Computer reinstecke, funktioniert mein Controller einmal fast gar nicht. Und wenn ich den jetzt an die Seite reinstecke, läuft es einfach in den Freien, also keine Ahnung. Jetzt bin ich gleich zu... Ah, technische Probleme, richtig schlimm. Irgendwann fliegt die wirklich mal aus dem Fenster. Aber ich habe eigentlich nur Garantie drauf, bringe ich zurück zum Mediamarkt. Äh, jetzt kann ich hier wieder nicht laufen. Oh, wenn ich hier jetzt Level-up komme, muss ich unbedingt, dass ich hier wieder mehr Sachen irgendwie mit transportieren kann. Oh, dann laufen wir mal ganz schnell durch die Weltgeschichte. Sogar nicht ruhig. So, wir probieren uns mal, ob es jetzt funktioniert. Gewalt ist keine Lösung, meine Freunde. Ne, schade, es ist auf der Insel. Ja, gut. Aber komischerweise funktioniert jetzt meine Tastatur. Da ist ein Item-Dropf, du. Du, du, du. Was, was? Ja, Moment, ich muss eben einmal... Ja, ich bin nicht so schnell. Meine ganzen... Oh mein Gott, meine Stimme geht gerade weg. Was war das denn gerade? Ähm, ich packe... Ich sollte euch noch erstmal an der machen. Einmal kurz meine... Ich habe eine Narkobeere zum Anpflanzen. Die bringt aber uns noch nichts. Nee, ich weiß, aber ich wollte es mal gesagt haben. Okay. Äh, was brauchen wir dafür? Eigentlich nur Spitzhacke, ne? Gar nichts. Um da hinzugehen. Okay, wo hast du denn du den Item-Dropf? Äh, neun. Oh, ach scheiße, jetzt ist er weg. Äh, wir waren zu langsam. Der war da hinten in dem Wald drin, hier. Oh, scheiße, ja. Nicht darauf geachtet gehabt die ganze Zeit, ne? Nee, genau. Naja. Also genug Material jetzt, um irgendwelche Sachen oder sowas zu bauen, müssten wir schon haben. Denk ich mal. Hoffe ich mal. Oh, geil. Yay, level up! Bloß hier, dass ich mir Sachen mit mir schleppen kann. Äh, ah, die anderen Sachen kann ich auch noch nicht bauen. Brauchen wir irgendwie eine stehende Fackel? Ja, das ist immer ganz nett zu haben. Dann lernen wir es doch mal ganz fix. Äh, Frage nicht gelesen. Du warst irgendwie draußen und jetzt bist du wieder da. Schreib sie nochmal. Oh, tut mir leid. Also irgendwie lieb ich ja meinen Bot. Und der ist immer so nett. Langs kein Bot-Netzwerk ist. Nee, 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 nee. Was hältst du denn davon oder, beziehungsweise, wir müssen später, willst du das auf Stein? Nee, machen wir später auch aufs Holz, ne? Diese großen Wände, dass wir ein bisschen so geschützt sind von den ganzen Dino-Viechern. Ja, also das ist aufs Holz hängen mal ausreichend. Ja, später kann man das ja glaube ich sowieso. Der Stein ist echt süß zu sammeln deswegen. Ja, das geht später schon. Ich glaube wir müssen mal ein paar Viecher tot machen. Ich muss mir auch gleich unbedingt meine Schleuder einmal machen. Aber dafür brauchen wir natürlich auch Leder. Ich muss noch mal eben was rausschmeißen, ein kleines bisschen. Äh, jetzt schmeißen wir raus, wir schmeißen. So. Jetzt brauche ich den nochmal hier für meine... Äh, Flint! Flint, Flint, Flint! Das kriegen wir, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Äh, ja. Tja. Ähm, wollt ihr wissen, ob es sich lohnt, das auf dem Laptop zu spielen oder ist es eher besser auf dem PC? Also der liebe Wuppi spielt das auf dem Laptop? Was? Oder löge ich jetzt Ark? Ark spiele ich auf dem Tower. Auf dem Tower, ja genau. Ich nämlich auch. Kommt glaub ich auf den Laptop drauf an. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass das Gerät eigentlich mehr als 5 GB Grafikkartenraum hat. Ja, wär besser eine. Weil mit 1 GB ist echt heftig, also 2 GB sollten es schon mit müssen. Kraft Oil. Yay! Gut, dann brauchen wir noch Holz ein bisschen. Was können wir denn hier machen? Guck mal, gibt's so langsam Holzbuddhist... Ja, wir können Holzbuddhist graften. Wir können... Holzwinde graften. Okay, das heißt wir brauchen Holz. Ja. Ja. Ich bin mal dabei. Ich muss mal aufpassen, weil ich hack meistens einfach immer so auf Holz drauf und guck hier und da. Und achte immer gar nicht darauf, dass mein Inventory eigentlich schon fast voll ist. Aber sind es 4 drauf. Ich glaube, bei dem reicht es. Ja, sonst ist es hier allgemein. Die ganzen Sims-Teile verbrauchen so viel Speicher. Das ist Wahnsinn. Ja, da müsste es so reichen. Müsstest du mal gucken, wie viel GB du sonst noch frei hast? Also ich würde es ja schöner finden, lieber Wuppi, wenn wir alles noch ein höher machen. Ich fühle mich eigentlich immer so beengt. Es geht ja nur erstmal darum, dass wir erstmal hier überhaupt was haben. Deswegen. Nur am Meckern. Das sind Kerle. Weißt du, wir Frauen wollen hier immer alles so wunderschön einrichten und hüppisch machen gleich. Und die Kerle denken erstmal nur ans Nützliche. Jetzt wird es schon mal ein bisschen besser, ne? Crafted also. Jetzt habe ich schon immer wieder ein paar mehr Spiere gemacht. Sag mal, was machst du hier für Schmutz? Gibt's doch nicht. So, meine Spiere sind soweit fertig, das heißt, den Rest kann ich hier erstmal wieder schön reinmachen, das was ich beziehungsweise noch übrig habe. Holz. Was waren hier drin? Ach, hier waren nur Steine, ne? Ja, Steine. Was soll ich da nicht reinsetzen? So. Ja, ich soll da das Kindes draufstellen. Da kann ich da sitzen. Da kann ich da sitzen. Ähm. Okay, hier packen ich dann nochmal die Bärchen rein, die wir haben. Also, Narcobären haben wir eigentlich genug für irgendwie was Kleines, wenn wir uns was fangen sollten, wollten. Kommt natürlich auch drauf an, ob wir was Vegetarisches, äh, was Vegetarisches, genau. Ähm. Was Pflanzenfle... Pflanzenfresser... Riss... Rissisches? Was erzähle ich hier eigentlich gerade? Ah, scheiße. Wuppi... Fleischfresser oder Pflanzenfresser? So, jetzt hab ich's. Ah, war das gar kompliziert. Was ist denn los hier? Ja, die Mütze packe ich außerdem auch mal raus. Das ist mir hier zu blöd, damit rumzulaufen. Packe ich einfach so den Steinen mit hinzu. Ja, jetzt aber. Jetzt erstmal ein Schokokaramel-Eis. Oh. Ich hab vorhin, ähm, 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 Eiskaffee mit Vanilleeich drin gegessen. Das ist lecker. Ich sag mal, sind das... Ja, hundertprozentig sind die Speere hier so. Drop Items. Ähm, so scheiße schwer Drop Items. Ich brauch keine zwei davon. So. Die Speere sind schwer, ja. Die sind echt schwer. Mal gucken, vielleicht finden wir hier nochmal... ...irgendwie was Schönes. Ja, okay, gut. Gut. Die Wärme hat Schuld. Sehr schön. Wir haben einen Grund gefunden, warum ich gerade so komisch rede. Die Wärme hat Schuld. Sehr gut. Äh, wo haben wir denn hier noch Kühe? Dann ist eine Kuh. Hey, du Kuh. Na, komm mal her, du. Hallo, lauf mir doch nicht weg. Lauf mal wieder... Ja, ja, genau. Bisschen geradeaus mehr. Ja, schön hier zum... Hä? Nein, nicht so weit nach da hinten. Nein! Bleib stehen, du bist viel. Wo bist du denn? Im Wald. Bei einem Baum. Na, hat sich schon geklärt. Ich hab's schon. Ja. Oh, das hört sich aber so gemein an. Hä? Bist du noch gar nicht tot, oder was? Willst du mich jetzt hier ver... Sag mal. Wieso lebst du denn so lange? Jetzt aber... Oh. Neul, er will 20, ne? Äh, ab geht schon noch. So, ich habe 13 Leder. 16, 18, 20. Gott, was war das für eine dicke Kuh? 27 Leder, yay! Dann machen wir jetzt gleich mal erstmal ein... Oh, nein, Fliege bleibt weg. Niki ist im wahrsten Sinne ein Jäger und Sammler. Ja! Im Wald bei einem Baum, das könnte eine Wegbeschreibung von mir sein. Ja, ne? Ich bin immer so gut. Ah, ich dürfte sowieso nicht alleine irgendwie zu weit von unserem Lager tatsächlich weglaufen, sonst... Bin ich so tatsächlich ein schlaues Mensch, ich finde mich wieder nach Hause. Ah, okay. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt hier... Naja, dass ich meine Sachen immer zwischendurch wieder ablege. Und dass, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, ich mich einfach töten lassen kann und einfach wieder zum Spawnen bei uns nach Hause komme. Lass uns jetzt echt ein bisschen schlimm werden hier. Start moving. So, haben wir überhaupt... Äh, was hältst du davon? Hier hinten bei den Steinen packe ich Leder und sowas mit rein und Klamotten. Ja, kann ich machen. So viel Steine werden wir da so nicht zusammenkommen. Ne, deswegen. Ähm, Crafting. Ich will jetzt hier mal... Was brauche ich denn dafür noch für meine Schleuder? Fieberglas und Holz. Packe ich mir immer Holz da rein, bisschen. Und das denn noch? Und jetzt müsste ich eigentlich... Ja, perfekt. Royal Crafty. Was ist das da raus? Das Leder? Ja, das Leder? Moment, Moment. Moment, ist soweit. Ja, was mache ich denn da? Ja, jetzt muss ich halt... Nur wie mache ich mir denn hier... Wahrscheinlich mit Steinen, oder? Muss ich Steine mithaben? Wofür? Damit ich, äh... Ah ja, okay, gut. Passt. Ne, hat sich erledigt. Aber scheiße, ich darf aber nicht zu viele Steine mithaben, tatsächlich. Wo ist denn das Leder? Das habe ich hier in der letzten Droh reingepackt. Ach, da. Wie teile ich denn jetzt Steine auf? Äh, du machst, äh, Shift. Dabei kannst du... Also, du kippst aber erst, wenn es im Inventar ist. Dann kannst du es aufteilen. Wenn es wieder reinschmeißen, ist es natürlich sofort wieder zusammen. So, allen mit folgen. Oh, da ist es bitte. Bitte bitte. Ja, ich denke so die so 20, 25, 30 Steine wär schon nice, dass ich die mitnehme oder mithabe. Na, obwohl ich hätte mir auch neue Steine sammeln können, davon abgesehen. So, gut. Noch mehr. Was können wir uns denn hier noch so schönes craften? Genau, eine Torch. Ja, das... Kann ich, brauche ich jetzt aber gar nicht. Oh, guck mal, was wir hier schönes haben. Wow. Oh, ein Batien! Yay! Eddie Hunter, hey! Welcome to my stream! Okay, mal gucken, wir müssen das jetzt unbedingt mal... ...alles hier weiter einsammeln. Die Bäumchen darf ich ja nicht kaputt machen, die... ...großen. Sonst gibt es wenig Mecker von den lieben Wuppi. Es gibt nur einen oder zwei, wo haben wir die... Ja, ja, siehst du, ja, ja. Siehst du aus einer, wo zwei, ne? Ja, genau. Der eine und der andere hin. Der Rest kann alles weg. Das finde ich ganz nett. Ähm, I love your videos. Wow, thank you! Man, man... Man kann es ja auch nicht behalten, weil wenn du alle Bäume irgendwo behältst, dann ist es ja so, dass du... ...gar nicht mehr irgendwo mit den großen Dinos drum herum engagieren kannst. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel bei The Forest oder so, gibt es da auch so einen riesen Baum, den... ...den kannst du so oder so nicht kaputt machen, davon mal abgesehen. Aber... Hä? No ist nicht 32, sondern 31. Der macht sich hier schon älter, als er eigentlich ist. Jetzt geht's los hier. Hä? Bollnchen? Also, das ist ja wohl mal ein... ...ein Baum, der in der Luft geschwebt hat. Und... Ja, der war vorher weit runter. Ja, aber danach dann auch in der Luft umgekippt ist, ne? Also... Das ist jetzt hier mal was. So sammeln und jagen. Ja, so langsam nimmt das doch hier alles so ein bisschen Gestalt an. Was ich auch irgendwie ein bisschen unlogisch finde. Ja, dass die Steine hier durch die Gegend geschmissen werden. Ja. 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 Ja.